Da hab ich geschaut. Ich sitze in einem Vier-Stern-Hotel und trau mich gar kaum rühren. Und meiner ist viel Prominent. Da oben tut servieren. Die feinsten Speisen drücken auf, so vorne wie es kaum geht. Und mich fangen frei zum Lusten an. Ich schau auf sein Tablet. Ich möchte genau das Gleiche haben, und ich nach oben bitt. Ich Cocktail-Socker, so gnei Frau, wünsch gut, aber nicht. Ein Cocktail, schau, so schön garnierst. Und geschnitten ist so fein. Ein Salz-Nüsse kennt ich schon, mit ganz was Geschmach in drei. Die Zierde, ja, die Packet's liest, die lege ich schon auf Zeit. Da setze ich meine Glaschen auf, möchte ich sehen, was es bedeutet. An Gottesnamen, na, mich trifft der Schlag. Der ganze feine Mix, das sind ja Viecher, wie ich sehe, aus der Konservenpix. Zu denen, der Sonnzeit schrüm's Cocktail, na, mir von gut so ein Grausen. Siss, greif es mit keinen Zweck nicht um, heut friss es so ein Jausen. schöpfen Sie mal. das ist ja auch schon ein Jausen. Aber wenn ich ja nicht um, das ist ja auch ein Jausen, was ich sehe. Wenn ich jetzt da mal, Das ist ja auch so ein Jausen. Vielen Dank.